Wer warst du? Egal, hier, ich will erst mal Was denn? Hii Da ist wieder Ich bin jetzt auch mal fertig Ich will nicht, wie oft bin ich so wichtig und traurig Ich bin doch normal Die sollen uns nicht oft streiten worden lassen Oho yo, oho yo Oho yo, oho yo Ich bin echt so tot Dass der Mähnchros er wird Ich bin echt tot Nein Sag doch, dass du pushen gehen wirst Aber ich müsste ja auf die spielen Er muss ja weg, aber das war noch einer Wollen wir denn alle kurzen ausprobieren, dann spielen wir da noch mal runter War nicht zu zweit? Ja Ich glaube, dass wir noch einer da sind Ich geh jetzt kurz weg Tschüss, meine Kinder Ich bin sauer Das musst du alle testen Das koste, hattest du schon Ich weiß nicht, bei welchem ich bin Nupf Ich muss da einfach nur die kurz vergleichen Wo denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dann hab ich nicht mehr Volt Liko Smash Liko Smash Liko Smash Poh Das macht doch kein Spaß Eins gegen eins. Du HS, nervt nicht, geh weiter mit Justus und Johann, den HS spielen. Folgen mich hat auch letztens nur jemand gekillt, weil er mich runtergeschossen hat. Und da dran bin ich halt. Mein Bart ist sicher auch nicht hoch. Ich mag das Buster, was du mir geschickt hast, dieses schwarze langgezogen. Spät euch da, du musst noch schlechte. Ja, das Gute ist, der Bus ist nicht so weit von dir entfernt, aber schlechte, die Zone ist auch sehr klein. Ich weiß auch wo der Gegner ist. Jo, wieso machst du die ganze Zeit davon aus? Ey, du machst dich ganze Zeit auf, mein Rad auch aufgeschaltet. Nein! Du hast dich da wohl, du verscheidst, ne? Ja, genau, ich bin's. Da habe ich viele Möglichkeiten. Oh, Vorsicht, wer macht Demos-Mash? Ha! Nee, ich finde, ich bin so so wichtig. Ne. Eine Runde noch. Ne. Scheiße! Wir können uns nicht eine Kuss erst testen. Wer ist rechts? Aufschüttet. Mark, mit dem spielt sie gar so. Ich bin gerade mit, äh... Justin. Und mit Lippie. Mit Lana. Oh! Jawoll! Hippie! Ich weiß gar nicht, dass ich sechs Kronen-Siege habe. Ich habe über 20. Ich glaube, gestern oder so wurde mir null angezeigt. Alle. Meinst du, ich schaff das? Nö. Weil die beiden mit drei Team... Oh, was spielt ihr gerade? Ich bin grad Trios, nur über... Ich will es noch überleben? Drei. Drei. Ich... Und andere zwei Idioten. Genau. Die zwei Idioten sind auf jeden Fall ein Team und die sind nicht schlecht. Aber ich bin auch nicht schlecht. Okay. Ich bin schon quick. Ich bin schon quick. Ich bin schon quick. Ah! Blühwimmchen, man ist nice. Blühwimmchen, man ist nice. Ey, ich... Wer geht alles nach der Runde jetzt auf? Ich bin Lara. Okay, und wer ist denn noch übrig? Okay. Also nur wir beide, dann? Ich kann aber gucken, ob ich noch irgendjemanden finde, aber... Hallo. Ich kenne sie. Wuh! Autsch. Gut, dass ich noch Schildress habe. Ja, das... Blöde ist, dass du den Rotpump hast. Der Rotpump braucht... ...haut zwar gar nichts. Gar nichts. Der Rotpump ist voll geil, finde ich. Ich bin neidisch. Ich bin aufwesend... Ich bin eigentlich so weiter... Und jetzt... Ich bin... der verkauft die sachen echt krass muss man fragen wie viel umsatz er schon gemacht hat also der wird mir das noch einmal sagen ja wieso kannst du ja sagen ich stecken dein ich bin nicht mit ihm gefreundet ok ich bin tot doch nicht weil ich keine spiele Einer noch, einer noch, einer noch. Ah, ist nicht gut, die Ton ist so zu nah. Oh mein Gott! Volles Risiko und es hat geklappt. 2 HP. Was ist das Risiko? Meine Mutter denkt sich aus, warum schreit der Wichser? Und damit kommt er wieder ins Facebook-Twitch-Video. Juhu! Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblings-Streamer und Content-Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Super. Hab dich. Sehr schön. Sollst du lobbyen? Wir? Nein, der! Ich weiß. Ich bleib jetzt in dem Auto, auch wenn das Schrott ist. Ich bin in dem Aufprall. Various, der! Oh, die sind weiter weg. Drei Leute. Da ist gerifft dieser Affe. Die hat ja so ein Rift-Ding hinter. Ein weniger. Ein weniger. Ein weniger. Ja, auch wieder geriftet. Ich schwöre das nicht. Kommt da runter. Nee, kommt auch einer runter irgendwo. Landet irgendwo da hinten vielleicht. Nee, landet da bei dem Loot. Oh, da ist auch ein Bot dabei. Die haben jetzt erstmal ordentlich was vom Kopf bekommen. Einer ist gleich, hab einen. Oh, der hat ne Krone. Die sind dahinter. Gehört dir der Bot? Ja, der hatte schon. Keine Angst. Okay. Kommt her. Smart. Ja, bin da. Danke. Super. Jetzt hab ich ne mystische Pistel, jetzt kannst du nochmal richtig abgehen. Mystische. 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 Mystische Blatt. Mystische. 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 Ist aber mehr chinesisch und nicht russisch. Mystische. Mystische. Ja, so hast du's zu sagen. Mystische. Mystische. Alles A, sehr passt schon. Easy. Hab ihn. Ja, hast du was anderes erwartet, oder wie? Nö. Nö. Äh, doch. Ach, bleibt jetzt ja bei der Scary Mom nicht kommt, oder? Wurzt jetzt immer noch in der Schwere. Ich schätze, dass er sich nur noch nicht gemeldet hat. Ich hab ihn jetzt letztens bewahrt. So, ich setze jetzt. Aus. Vogel. Äh, bei Gegnern. Hätt ich jetzt nicht gedacht. Komm her. Ihr paar Waffen. Hier. Danke für alles Zeug, was ich schon hab. Aber trotzdem danke. Ich hab den Kuss. So, ich hab den Kuss. Ich hab die Kuss. Wunder, ich hab den Kuss. Und was anscheiden wäre. Ab den dritten. Wie gut. Kommt hier runtergeflogen in der Wolke. Nein genau bei mir. Oh der hatte ne mythische Pistel. Geil. Was? Wo? Wieche Pistel? Ja damit. Ist jetzt meine. Hier kommt noch ein Gegner. Ich muss mich gerade heilen. Oh der macht aber hier keine halben Sachen. Der macht ganze Sachen. Ich freu jetzt erst mal das Haus hier ab. Das bin ich. Achso ich hab das Haus hier. Hier hinten. Hier hinten am Haus. Was so ich hab. Plätze einfach mal nachgehörige Schuss. Ich hab mich nicht mehr geschaffen. Ahhhh. Ich hab mich nicht mehr geschaffen. Fünferpätschüs. Schnellhilfe des Montsort. Okay ich bin auch unter dem Tod. Er meine beste Widerwitz. Ich hab's nicht ausgesprochen. Doch. Nein ich hab's halt ausgesprochen. Halt ausgesprochen zählt nicht. Mark zählt halt ausgesprochen. Na. 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 Meine Pistole. Kevin hat meine Pistole. Ich könnte dich wiederholen. Böses Kevin. Ja hol mich wieder. Nö. Kann Kevin mir meine Pistole geben. dann ist ja weiter weg so wird aber nicht hier ja wir alle stammen von affen ab schon bemerkt dass menschen von affen abstammt nicht dafür stammt von kartoffeln ab aus der politiker die haben die impulsion noch nicht geschafft das ist ein mobbing leider die wahrheit ja stimmt auch der ist gut fast selbst in die luft e johann gewinnt ich hab viel mehr mitgeholfen als ihr da hat man gleich so aufgemacht ich denke ich muss dein felschaden hin